Hat sich dein Aktiendepot schon mal verzehnfacht? Mit Aktien im Rohstoffmarkt ist das möglich. Auf dem YouTube-Kanal Exino Capital steigen wir tiefer ein. Tiefer ein in den Rohstoffmarkt von Gold bis Silber bis hin zu Industrie- und Batteriemetallen. Du erhältst Einblicke in spannende Small-Cap-Companies und findest heraus, welche Investmentchancen du ergreifen kannst. Das Ganze in gut strukturierten und lehrreichen Videos mit der gewissen Prise an Exklusivität. Schau sie dir jetzt an Exino Capital auf YouTube. Wir sehen uns.